Feierliche Eröffnung von Hamburgs höchster Eislaufbahn an Bord der Ida Prima. In 40 Metern Höhe zeigen Eislaufstars von Holiday on Ice ihr Können. Die Eislaufbahn ist ein weiteres Winterhighlight auf einem der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Es ist vor allen Dingen eine Eislaufbahn, die wir eben im Winter unseren Gästen zusätzlich bieten zu dem, was wir hier sowieso haben. Anfänger und Fortgeschrittene werden auf ausgewählten Reisen sogar von Holiday on Ice Profis unterstützt. Neben Schlittschuhlaufen stehen auch Eisstockschießen und Eisdisco für Groß und Klein auf dem Programm. Technisch ist die Eislaufbahn auf einem Kreuzfahrtschiff eine echte Herausforderung. Das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Das Spannende ist, dass der größte Feind ist nicht die Temperatur, also dass es zu warm ist oder so. Der größte Feind ist Regen und die Bewegung. Weil es passiert dann schon mal, dass das ganze Wasser links ist auf der Eisbahn. Oder das ganze Wasser ist rechts. Und wenn es anfängt zu regnen, wird das Eis immer dicker und man muss es halt immer austarieren. Und das ist tatsächlich ein hartes Stück Arbeit gewesen. Für die Profis von Holiday on Ice ist die Einweihung auf der AIDA Prima etwas ganz Besonderes. Ich kann es gar nicht fassen, dass es eine Eislaufbahn auf einem Schiff gibt. Das ist unglaublich. Und als Erste hier laufen zu dürfen, ist wirklich toll. Für mich ist es ein spektakuläres Erlebnis. Ich habe nie gedacht, dass es eine Eislaufbahn draußen auf einem Schiff geben würde. Das ist etwas ganz anderes als ein Land. Auf den Reisen von Hamburg nach Southampton, Le Havre, Seebrücke und Rotterdam ist die Eislaufbahn auf der AIDA Prima für alle Gäste in der Winterzeit ein zusätzliches Highlight. Auf den Reisen von deemed mich!